servus leute herzlich willkommen zu einer neuen folge auf diesem kanal immer noch der gleiche tag wo ich aufnehme ja das würde ich haben ich wollte eigentlich ich zeige euch mal den richtigen spaß hier das dann warum ok auch leute hat so blöd kürz schreiben oder das hat besen und holz noch mehr große bäume find ich nicht gut weil die mod hab ich noch nicht drauf gezogen weil aufnahmesession durch der nach was mich alle dann habe ich die zwei eisen und dann kann ich das durchschmelzen oder so ok classic und so leute lasst mir doch nicht riechen bäume hier stehen diese leichten also und dafür kann ich die bäume abfackeln so nervig die bäume entwickelt sich es wird nacht schlafi gehen schlafi gehen schlafi gehen dann geh noch ein versuch macht da so viel Spaß. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2. Um. Geil. Nicht geil. Verwirrung. Moment. Idee. Okay. Und jetzt kann ich nichts craften, weil ich kein Eisen mehr habe. Oh, vice. Aber ich kann es ja sehen, ob es funktioniert hat. Meine Fresse. Genau, jetzt könnte ich die drei Töne kraften. Aber mache ich nicht, weil ich brauche keine Stoffkarte. Dann gehe ich mal rüber und rum ein bisschen Eisen nochmal. Jawohl, jetzt weißt du, ey, da für ein Brot. Easy. Ohne Witz, ey. Ohne Witz. So, die Höhle war da drüben. Ich muss einfach mal ein Brot basteln. Ein bisschen Kohle sammeln, ein bisschen Eisen. Wieder sieben Herzen verloren. Äh, sieben Keulen verloren den Ball. Sobald ich die Grundsachen habe. Lücke unter Wasser. Okay. Ich würde sagen, hier stimmt was nicht. Also, wie gesagt, sobald ich die Kacke habe, die Grundkenntnisse habe, die Grundsachen habe, dann geht das ja. Ich habe irgendein Spitzhacker, irgendein Schaufel und dann geht es halt ab wie Schmitz Katze hier. Anfang dauert halt immer ein bisschen länger, weil Farben ist auch nicht so das Spannendste, muss man sagen, ne. Aber wenn ich das durchziehe, dann ziehe ich das natürlich auch durch. Aber sonst langweilig bin ich. Warte. Der Aufhänd funktioniert wunderbar mit der Taste. Aluminium, buah. Please. Warum funktioniert das nicht? Warte mal, ich guck mal nochmal nach. Ich war auch noch ein bisschen dumm, habe es falsch angestellt. Controls. Gameplay. Inventory. Creative Mode. Oh, ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Na. Na. Ja. Ja. Jetzt ein Mikulion, warte mal, das war doch. Ich glaub das war das nicht ein Mikulion. Na wo war denn jetzt, äh. Hier. Ja. Ja. Das ist Mikulion. Ja. Mach kleinen Brody. Mikulion sind mit der Kul... Mikulion? Kolium war doch dieses, äh, Gänsefüßlein, oder? Äh, nicht Gänsefüßlein, hier diese Anfügungszeichen, äh, nicht Anfügungszeichen, aber jetzt gar keine. Kolium. Geh mal Kohle. Bauen, bauen, ab, bauen, nacht, aus. Nehmen wir von Enden, die ist nackt. Hier vielleicht nur, erstmal nur Eisen haben, Eisen und Kohle, das ist das Wichtigste. Nase, ey, jetzt geht es aber. So, wenn ich jetzt rein, die heute jede Folge alle zwei Tage hochlade, dann habe ich jetzt drei Folgen, Montag, Mittwoch und Freitag. Und fünf Eisen, damit könnten wir schon mal... Was willst du denn eigentlich von mir, willst du das? Hopf. Will ich immer wieder so anpflanzen, nächste? Wir wollen ja nichts klauen. Wow. Diese Aufstellung. Karton wäre jetzt super. So. 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 ich hab ja was der blinge bruder nehm ich mit alle hallo wasser wird mal reinigen das letzte mal so lange gesucht eine papierfarbe jetzt zu handbauen wir auch natürlich super gewesen geile robberseeds nice try vielen dank dass ihr mir geholfen habt sehr nett von euch ich wollte diese hülle hat mir einen neuen weg neue welt gezeigt will es wie nana einfach in frische hülle gehen dann kommst du in der neuen weg ab für bäume richtig gibt es ja auch noch ich bin mal nachgucken ah ja ich leute nicht immer ein spannende ja richtig auch nicht zucker 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 zu können pflanzen sogar keins du bist du mein sonnenlicht liebe dich ok in zu sagen damit kann ich eindeutig verbessern sind dann pflanze ich mir auch hier vorne direkt apfelbäume an das ist richtig genial in jose kriegst du glaube ich teilweise einen einen balken wenn ich sogar zwei balken rauch hugerung nach hunger fristkollen geil geil geiler macht mich berühmt in ony schliebschoneid ganze fünf eisenbahn dass er machte richtig spaß hier Zack Und Warten Zoffeln Zapp Von mir Noch normales Zappling Ging es nicht so? Konnte man das nicht so machen? Oh, drei Fröchte dafür Alles klar Wart mal, gibt es hier Bonn Bonn Na, na, das ist die Klage, lecker Schreibt das Einer oben einfach mal nicht mit Stehen Achron Es gibt's hier viel Meter? Ein Kappen da hergestellt? What? Uh, uh Mero Magen, der knurrt ja schon, ey Und kriegt Tumor Okay So, ich boah noch ein Seed Äh, ein Apfel Den Boom Das schöne Träume ist einfach mal Der ist durchgejagt worden Und jetzt zeige ich euch den richtigen Spaß, ja? Eine ganze Minute Merkt ihr den Spaß? Merkt ihr den? Und die Stimme dran ist, so höher ihr geht Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Diamantsach macht, dann dauert noch länger Pssst Ich wollte es sagen Kann man den sogar nachgucken? Zehn Minuten Geil Oh, kriegt man nicht, sag ich, Schluss drauf, ey Weiterzuspielen Oh Geil Uh Und das muss man bei jeder Spitzacke machen Ich hab mal so viel Spaß Uh Geht dir was, ich meine Da, da Oh gut Ich dachte jetzt ja Glück in Unglück, würd' man sagen Red Matter Ender Star Das ist halt irgendwie geistig Prismasch Gut, die sind Equatio Die kannst du ja Oh, die kannst du Lava upgrade Liquid update Und mit Lava befüllen Und dann kannst du Okay Cool Okay, ist das denn Das ist eigentlich eine geile Sache Ich kann Natürlich Hä Natürlich gibt's auch die hier wieder Mach aber jetzt Feierabend Easy Wir sehen uns Äh Nächsten Tage Haut rein Tschö Mit 50 Lachen Und Und Das